Zu Wort der Ministerpräsident Schäti. Vielen Dank, Herr Präsident, sehr geehrter Herr Vizekanzler, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Ich will diskutieren heute einen Bericht, das ist schon mehrfach gesagt worden, der längst überfällig ist. Es ist gut, dass er vorgelegt wurde, aber eigentlich auch nicht mehr als das. Es ist eine Selbstverständlichkeit, weil sie auch gesetzlich so vorgeschrieben ist. Ganz wesentlich, wenn wir über den Sport reden, auch im Sportbericht nimmt es einen großen Schwerpunkt ein, dann müssen wir über die Bundessportförderung reden. Und leider ist das, was in diesem Zusammenhang passiert, beziehungsweise nicht passiert, Herr Bundesminister, mehr als enttäuschend. Es gibt zwei Probleme in diesem Zusammenhang. Erstens, die Intransparenz, was die Sportförderung betrifft im Bericht. Und zweitens, dieses Selbstbedienungssystem, was wir schon sehr lange kritisieren. Aber wie Sie, Herr Vizekanzler, ja auch zu sagen pflegen, der Reihe nach, um es ein bisschen zu sortieren. Erstens, was die Transparenz, beziehungsweise die Intransparenz im Bericht betrifft. Wir wissen, Sportförderung wird auf unterschiedlichen Ebenen ausgeschüttet, nämlich in der Gemeinde, durch die Länder und auch auf Bundesebene. Aber in diesem Sportbericht fehlt eine Gesamtschau. Es werden hier nur die Bundessportförderungen abgebildet. Die Landesförderungen, die aber wichtig wären, um einen Gesamtblick zu bekommen, die fehlen hier komplett. Und jetzt ist es natürlich so, wie Sie einwenden, Herr Vizekanzler, man kann die Bundesländer nicht verpflichten, dass sie ihre Förderungen einmelden, dass ihre Zahlen hier abgebildet werden. Aber was wir hier einfordern, übrigens auch das, was Sie damals eingefordert haben in der Opposition, das ist ein gewisses Vorgehen des Naming und Shaming. Also die Bundesländer, die ihre Förderungen einmelden, die wird man transparent auch sehen. Und jene Bundesländer, sagen wir beispielsweise Niederösterreich, wenn die ihre Förderungen nicht einmelden, dann steht das auch im Bundessportförderungsbericht. Und dann kann man sich dazu auch ein Bild machen. Und dass Sie hier gar keine Initiativen in diese Richtung gesetzt haben, da müssen wir schon feststellen, dass Sie hinter Ihren Erwartungshaltungen zurückbleiben. Der zweite Bereich, neben der Intransparenz im Bericht, ist ein komplett intransparentes Selbstbedienungssystem, was die Bundessportförderung betrifft. Ich muss das vielleicht auch kurz erklären, weil das die Zuhörerinnen und Zuhörer in dieser Form nicht wissen. Wenn ein Schwimmverband, beispielhaft, ein Tennisverband, ein Eishockeyverband, also ein Sportfachverband, einen Sportförderantrag schreibt, dann stellen Sie diesen Antrag und dann wird er in einer Kommission behandelt. Dann entscheiden die darüber, wie hoch die Förderung ist, wann sie ausgezahlt wird und so weiter. In der Kommission, die über die Sportförderung bestimmt, da sitzen erstens parteipolitische Vertreter der parteipolitischen Sportorganisationen, der Sportunion, ASKÖ und ASFÖ und es sitzen einige Vertreter von Sportfachverbänden darin. Und ich kann da nur Ihren Kollegen, Ihren ehemaligen Kollegen und jetzt Mitarbeiter im Ministerium, Dieter Brost zitieren, der früher Sportsprecher war, der sehr treffend gesagt hat, es kann doch nicht sein, dass man am Vormittag sich einen Sportförderantrag schreibt und am Nachmittag geht man in die Bundessport GmbH und bewilligt sich diesen Antrag selber. Und genau so ist es derzeit, genau solche Fälle, solche Konstellationen gibt es. Und Sie haben das nicht abgestellt, obwohl der Rechnungshof das in einer vernichtenden Kritik eingefordert hat. Und wir sagen das nicht, was wir hier sagen, weil wir den Tennisspielerinnen, den Leichtathletinnen, Leichtathleten, den Schwimmerinnen und Schwimmern nicht gönnen, dass sie gefördert werden. Im Gegenteil, wir wollen, dass das Geld bei den Sportlerinnen und Sportlern ankommt und nicht in parteipolitischen Strukturen bei parteipolitischen Funktionären hängen bleibt, wie es derzeit der Fall ist. Herr Sportminister, das ist ein dubioses System, ein dubioses System, das Sie auch einmal als solches erkannt haben. Sie können sich an diese Kritik nicht mehr erinnern. Dieses dubioses System, das muss ein Ende haben. Und Herr Sportminister, ich würde mir wünschen, dass Sie hier in Bewegung kommen, einen Prozess einleiten, was die Reform des Bundessportförderungsgesetzes betrifft. Sie wissen, dass Sie uns darin als Verbündete haben. So der Sportsprecher der Neos, Janik Schetti. Er kritisiert, dass im Sportbericht 2020 eine Gesamtschar fehlen würde, die Landesförderungen, die seien nämlich nicht abgebildet. Vielen Dank.